hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge dbd mit dem rené hallo in der crotus brennen zuflucht meine hass map nach der cold wind farm so eine dreckskarte alter werden die entwickelt die entwickler von dead by daylight wer sind die entwickler von der padele behavior ja steht auch jedes mal beim starten mit drin aber es ist der geist ja spätestens selbst naja der steht neben mir darum weiß ich das ach so warum eigentlich immer ich sonst bin es immer ich ja das ist nicht so korrekt ja guck in meine richtung du spaß die ist das ein kleiner wichser das ist ja echt ein scherz jetzt oder also ich muss übrigens noch was loswerden weil ich und rené hatten eigentlich vor solche teile zu benutzen aber er hat beim auswählen versagt das heißt ich habe jetzt so ein teil dabei und er nicht ich hänge schon am haken wenn der weg nein er steht vor mir aber auch nur weil da ein anderer überlebender ist oh mann ey der hat versucht mich zu retten wenn der killer ist ein kack noob jetzt trägt er ihn gleich weg ja ne er hat ihn ja doch ne er trägt ihn nicht weg er ist immer noch hier aber die andere hilf mir jetzt was die gleich halen ja kommt darauf an wo ihr alle hingerannt seid wenn ich bin direkt hinter dir hier warum rennst du eigentlich immer why not das ist total dumm also rené warum hast du jetzt kein teil dabei weil ich einen keks essen musste geh dazu ja du brauchst mich da jetzt nicht lächerlich machen doch mach ich aber das heißt wenn ich sterbe und mein teil verliere dann bist du schuld nein er kommt ja das habe ich auch gemerkt er kämmt ihn kaputt meinst du ja du hörst ihn doch immer schreien außerdem ist die andere auch drücken jedes mal wenn das so schreit wenn er am haken hing dann wird er gerade geschlagen ach so man will der punkte farmen mit uns weil da hat jetzt gerade so oft auf die aufgestört aufgedroschen ich will ehrlich gesagt nicht punkte farmen nicht aufnehmen dann sagst du immer ja das haben wir auch noch nie in aufnahme gehabt ja weil mit so einem unterton zu euch willst man in der aufnahme haben das stimmt ja wohl nicht ja gar nicht ich wollte auch keinen keks essen das hat er gerade nur erfunden das hast du gesagt das ist der unterschied hast du den generator fertig gekriegt ja ich habe mein teil auch noch was wurde mir nicht angezeigt bei dem bei dem reparieren das wird es auch nicht ach so ach so das soll man einfach wissen wie das geht oder was wissen ist macht macht noch wer ein dann kann ich den letzten machen einfach so da müsste eigentlich gleich eine angehen wenn es gut läuft wenn es gut läuft das klingt schon mal nicht gut drin ich habe einen direkt an dem ausgang ja läuft ja schon läuft ich habe jetzt angefangen ich sag dir bescheid wenn er ungefähr drei viertels fertig ist oder so ein bisschen davor dann machst du deinen weil dann rennt er erst zu dir und ich kann oh der ist bei mir also mach ich meinen jetzt an ja ja ansonst kann ich halt nichts machen jetzt das ist halt auch langweilig ja dann mach ihn an komm ich mal an okay wo waren deine fuck ah ich glaube ich habe dich gesehen ich mache den hier an ist er immer noch hinter dir herr das ist schlecht weil das heißt dann dass er gleich bei mir ist ich hoffe dass du auch deinen anmachst bin dabei weil wenn er jetzt mich haut krieg er dann adrenalin wenn du fertig bist so wer sind bei mir ich bin auf hälfte jetzt gleich ich habe ich habe leider keine werkzeugkiste mehr die habe ich schon beim ersten aufgebucht fast ich bin gleich fertig rennen ja sehr gut ist er immer noch in der dh ja aber er steht ja immer noch irgendwo in der nähe und jetzt ich mach den ausgang wo der generator rechts angegangen ist da läuft er jetzt hin zu dem ausgang ja er hat den hier ich mache jetzt den ausgang mach den ausgang auf den andern william ist aber hier und verrät mich jetzt glaube ich renne ist der andere ausgang offen warte zwei drittel ich komme zu dir gerend fünf achtel sieben zehntel drei viertel neunzehntel neunzehntel ich sehe dich renne ich bin auch vor dem haus hier ich bin hier oh hallo wie wäre es wenn wir raus rennen ach ne sicher nicht wenn das perk hat hat er nicht das ist ein bobo wenn wir nicht zum anderen ausgehen ich renne jetzt raus ja ok tschau aber zieh es bitte nicht so sehr in die länge jetzt nein ich muss doch dann nur safe wieder weg kommen guck schau mal zack ich will den anderen halt noch helfen ja die sind die sind alleine an dem ausgang der killer ist bei uns ach schon ok ja du hast doch den killer gesehen der stand da vorne ja aber ich wusste nicht wo die anderen sind also der bill war auf jeden fall an dem ausgang gestanden ja du guck nochmal schnell rein ja die eine hält den bill jetzt oh mama ja er hat keinen bekommen noch nicht zumindest hoffe ich das noch nicht ich guck mir grad mal die percs an das ist ganz was neues ja geht halt raus ihr was machen die da ja keine ahnung naja gut auf jeden fall zum glück ist die runde immer vorbei vielen dank fürs zusehen der hat echt keinen geholt wohl haut rein und bis zum nächsten mal tschau